Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 30. Juni 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 842, heute mit den folgenden Themen. Optimiert für die Series X, Bring, Aquara, G2H und Linux Mint 20. Ich beginne gleich mit dem ersten. Es geht um die Spiele für die kommende Xbox Series X. Das ist eine neue Plattform aus dem Hause Microsoft. Und da soll es ja einige Titel geben zum Start über 20 Stück, die schon optimiert sind und das Label Xbox Series X oder optimiert für Xbox Series X beinhalten. Das heisst, es hat höhere Frameraten. Es soll mindestens eine 4K-Auflösung mit 60 FPS sein, teilweise sogar 8K und noch mehr. Und was ist da alles dabei? Da ist zum Beispiel Assassin's Creed, das Neueste mit dabei. Da ist Cyberpunk 2077, logischerweise FIWA 21 und so weiter und so fort mit drin. Wer das genauer interessiert, in unseren Shownotes im Podcatcher, eures Vertrauens oder auf daily.kiktok.ch findet ihr den Link zum entsprechenden Beitrag. Dann war ein Schweizer App-Anbieter im grossen Kooperations- und Einkauf. Man hat, oder man, Bring hat sich bei Chefkoch eingekauft und die haben ja bekannt gegeben, dass sie ihre Smart Lists Funktion per 30. August einstellen werden. Das liegt daran, dass jetzt da eben Bring in die Bresche steigen wird. Das heisst, man kann, wie schon länger, ja Rezepte, also die Zutaten zu Rezepte direkt nach Bring übertragen und auch die vorhandenen Dinge, die man einkauft, dann in Rezepte umwandeln lassen. Das wird eine spannende Kooperation vom Schweizer App-Anbieter und der deutschen Kochplattform, die ja doch sehr, sehr, sehr umfangreich ist und alles, alles Mögliche bietet. Ich bin da sehr gespannt. Die Schweizer Post hat sich da ja vor kurzem eingekauft und ja, ich denke, da ist ein bisschen was übrig, um noch ein bisschen was zu bewegen auf dem Markt. Auch bewegen auf dem Markt möchten die Chinesen. Im Bereich Smart Home gibt es ja vor allem in der letzten Zeit Neuigkeiten von eben asiatischen Firmen, vor allem von chinesischen Firmen. Eine, die gehören zu Xiaomi, ist Aquara oder Aquara, die haben schon länger eine HomeKit-fähige Webcam vorgestellt, die man zu Hause aufstellen kann, die nicht nur HomeKit, sondern HomeKit Secure Video kann und knapp um die 60 Währungseinheiten kostet. Wie immer bei diesen Smart Home-Lösungen von Aquara ist es immer so ein bisschen abwägen, funktioniert das wirklich auch mit dem europäischen Server, mit der europäischen App und so weiter? Muss ich mich da in China einhacken oder nicht? Bei der Kamera soll es so sein, dass zumindest bald schon eine Möglichkeit gegeben werden soll, dass es auch in der Schweiz funktioniert und Deutschland, Österreich logischerweise. Ich bin da sehr gespannt, weil wenn man die vergleicht mit anderen HomeKit, HomeKit Secure Video-fähigen Kameras, ist sie dann doch ein Schnäppchen, wenn man dem so sagen möchte. Auch ein Schnäppchen, weil gratis und sicherlich immer wieder eine Empfehlung ist Linux Mint. Das ist so das, was am meisten ausschaut wie Windows, würde ich mal behaupten, und zumindest einigermassen gut bedienbar ist. Wer also einen Rechner hat, der nicht mehr so rund läuft oder wo man kein Windows installieren möchte oder kann oder will oder wie auch immer, dann kann man da Linux Mint draufwerfen. Mittlerweile, mein Gott, wann gab es die erste Mint-Version? Ich glaube, 2005, 2006, so in dem Dreh rum, jetzt eben schon in der Version 20, ist einiges gegangen, vor allem auch in der Optik und unterscheidet sich nicht allzu stark von Windows, in der Bedienung vom Optischen her zumindest. Und kann man wirklich auf jeden Fall heutzutage gut installieren als Alternative. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute an diesem Dienstag für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen am Mittwoch wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.